Mein Name ist nochmal Kuki Martin, ich bin der Leiter mit dem Reibung von der Florian Nazi Academy, da ich zuständig hauptsächlich für die Disziplin brasilianischer Hizu bin. Im Brasilian Schizu schlagen und treten wir unseren Partner nicht, sondern wir versuchen mit Takedowns und Würfen, den Partner zu Boden zu bekommen, dort mit einem Pin festzuhalten. Im Nogi konzentrieren wir auf Wrestling, auf Takedowns und weiter versuchen wir auch die Leg Locks mit einzubauen, um unseren Leuten das ganze Spektrum von Grappling näherzubringen. Vielen Dank. Vielen Dank.